Leute, absolutes Eil-Update zum Bitcoin-Dump. Heute Nacht, exakt um 2 Uhr, wird Bitcoin binnen einer Stunde um über 6% abverkauft. Kommt damit aber exakt an unserem bärischen C-Level von 22.150 US-Dollar an. Ich würde sagen, das SK-System hat mal wieder geliefert, Leute. Als Katalysator für diesen Preisabsturz wird die Silvergate-Bank aktuell gehandelt. Alles, was du dazu wissen musst, erfährst du natürlich in diesem Krypto-Update. Und selbstverständlich gebe ich dir meinen nächsten interessanten Preis-C-Level durch. Long-Level, Short-Level und last but not least natürlich die nächsten interessanten Liquiditätszonen. Denn unter uns liegt noch ein wenig Liquidität, Leute. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Falls dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Falls du neu bist, lass gerne das kostenlose Abo da. Und sei jeden Tag bestens informiert rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Last but not least, Glocke aktivieren auf alle Stellen, denn dann wirst du auch benachstigt, wenn ein Video online geht. Und wir schauen uns erst einmal die letzten 24 Stunden hier auf den Kryptomärkten an. Wir sehen es, ein Decrease, Schrumpfung in der Marktkapitalisierung um 3,79%. Wir stehen noch knapp über eine Billion US-Dollar bei 1,03 Billion, um genau zu sein. Wir sehen es aber, in den letzten 24 Stunden hat der Kryptomarkt einen harten Hit erleiden müssen. 4% Korrektur im Bitcoin, wir stehen bei 22.350 US-Dollar. Natürlich auch Ethereum mit der Korrektur, hier stehen wir aktuell bei 1.564 US-Dollar. Und auch die Altcoins korrigieren stark und hier habe ich ordentlich zugeschlagen, Leute. Meine nächsten Käufe gebe ich ebenfalls hier in diesem Video durch. Und von daher, lasst uns keine Zeit verschwinden, lasst uns direkt in den Bitcoin-Chart reinspringen. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 4-Stunden-Chart. Falls du den übergeordneten Fahrplan noch nicht kennst, dann schau unbedingt noch einmal in den letzten beiden Update-Videos rein. Für dich kurz eingeblendet, denn klare Aussage war, mittel- bis langfristig bullisch, kurzfristig müssen wir mit dem nächsten Abverkauf rechnen. Long story short, genau so ist es jetzt passiert, Freunde. Untergeordnet hatten wir noch ein paar bullische Szenarien aktiv. Nächstesutrotz, klare Statement meinerseits, Anfang der Woche, ich erwarte den Abverkauf. Und so ist es jetzt passiert, Freunde. Wir reagieren. Tipp genau aus unserem bärischen Verkaufslevel. Das war das Short-Level, was ich euch durchgegeben habe. 23.986 US-Dollar und der Markt sticht einmal kurz rein. Dump noch ein bisschen oder dümpelt ein wenig vor sich her. Bullische Level auch noch aktiv gewesen. Nichtsdestotrotz, klare Ansage, Ziel-Level höchst realistisch, diese anzulaufen. 22.152 US-Dollar. Der Markt wird heute Nacht abverkauft. Wieso, weshalb, warum? Aktuell nur wilde Spekulationen, denn auch im Vorfeld gegen 15, 16, 17, 18 Uhr war das alles bereits bekannt. Wir müssen einmal wieder auf die Zeit schauen. 2 Uhr nachts. Was ist da? Die Asiaten stehen auf und kommen an die Finanzmärkte. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Dump aus dem asiatischen Raum ausgelöst worden ist. Aufgrund der News rund um Silvergate. Was hat es damit auf sich? Da sprechen wir jetzt drüber. Wer oder was ist jetzt überhaupt die Silvergate Bank? Für den einen oder anderen vielleicht noch gar kein Begriff. Tatsächlich ist es einer der bedeutendsten Keyplayer hier für den Kryptomarkt. Und wie es hier geschrieben steht, einer der wichtigsten Banken für den Kryptomarkt. Viele Exchanges, also Börsen und Kryptoplattformen, arbeiten bzw. arbeiteten, müsste ich ja jetzt wohl eher sagen, mit dieser Bank zusammen. Unter anderem auch Coinbase. Dazu gleich noch ein paar weitere Infos. Natürlich, wie eine Bank es machen soll, stellt sie Liquidität zur Verfügung. Aber fungierte vor allem als auch sehr, sehr wichtige On- und Off-Ramp-Rampe in den Kryptomarkt. Das heißt, Einzahlungen von Fiat-Währungen hin zu den Exchanges oder dann letzten Endes Fiat-Währungen wieder zurück zur Bank. War letzten Endes einer der Hauptfunktionen. Was ist jetzt aber mit der Silvergate Bank passiert? Ähnlich wie ganz, ganz viele Unternehmen vom FTX-Debakel hart getroffen. Und gestern wurde letzten Endes verkündet, man müsse prüfen, ob man das Geschäft weiterführen könne. Und im selben Atemzug verzögert sie auch noch ihren Jahresreport an die SEC, an unseren Freund Gary Gensler. Schauen wir uns einmal kurz von der zeitlichen Folge an. Sehen wir letzten Endes, die News wurden bekannt gegen Nachmittag. Wenig Preisauswirkung tatsächlich gehabt, doch dann mit dem Switch hin zur asiatischen Session um 2 Uhr kam es hier zum massiven Abverkauf. Und was würde ich euch damit sagen, Leute? Aus Chart-Technik haben wir diesen Abverkauf erwartet und News bekräftigen das System, das SK-System. Und von daher sage ich es immer wieder an und für sich, alles was ihr braucht, sind diese beiden Dinger zwischen euren Augen, das Ding hier drin und ein Laptop, wo ihr letzten Endes das Chart-Bild angucken könnt. Denn da sind alle Informationen bereits früher eingepreist als letzten Endes zum Beispiel so eine Information rauskommt. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, hey Mo, wie geht es weiter? Und im Fall Bitcoin ist das Chart-Bild für mich glasklar. In Ethereum hingegen schauen wir uns gleich auch noch an, ein bisschen trickier. Aber lasst uns mit Bitcoin beginnen. Wir haben die Sequenz aktiviert, wir haben ein BC-Level angelaufen, wunderschönes Short-Level bekommen, bis in unsere C-Level gedammt. Ergo check, das erreicht, was wir wollten. Die Bullen bzw. die Bären haben jetzt auch erstmal die Möglichkeit, den Markt wieder hier nach oben hin zu pushen bzw. zulassen, dass der Markt gepusht wird. Und von daher, das nächste interessante Short-Level ist nichts anderes als das Gesamtkorrektur-Level dieser gesamten Abwärtsbewegung. Und das Level ist hier bereits eingezeichnet. Die Marke von 23.622 US-Dollar hoch bis 24.165 US-Dollar ist für mich das nächste interessante Short-Level hier für Bitcoin. Das heißt, sollten wir jetzt leicht erstmal wieder klettern, hier in diesen Regionen short-orientiert sein. Ebenfalls wichtiger Hinweis noch einmal, 2023 mittel- bis langfristig sowieso bullish orientiert. Und das Jahr 2023 für mich das Jahr der Akkumulation in sämtlichen Coins, wo man sich langfristig positionieren möchte. Und von daher habe ich eine kleine Tranche-Spot gekauft, Bitcoin als auch Ethereum in ihren Zielleveln. Aber die nächstgrößere langfristige Kaufmarke meinerseits, nochmal für jeden zur Wiederholung, sprechen wir seit zwei Wochen exakt drüber, ist mit der nächstgrößeren Korrektur, die jetzt aus meiner Sicht eingeleitet wird, hier long einzusteigen. In den Regionen 20.363 US-Dollar runter bis 18.730 US-Dollar. Langfristiges Kauflevel, meine nächstgrößere Tranche wird hier platziert. Als auch natürlich nächstes kurzfristige Trading Level, auch als beides zu begreifen. Denn auch aus Liquiditätssicht wird es natürlich höchst interessant, diese Level anzulaufen. Wir schauen uns die Liquidation Levels Heatmap hier mal wieder einmal an. Wir haben zuletzt über die interessante Liquidität, die bei knapp 22.000 US-Dollar liegt, knapp darüber noch gesprochen. Das war das nächste Level, was die Market Maker angelaufen haben. Ganz wichtig, natürlich in den Regionen des letzten Highs über 25.250 liegt natürlich hoch bis 26.000 US-Dollar, ebenfalls noch viel Liquidität. Doch ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir erst einmal jetzt diese Liquidität hier unten abgreifen. Über das Level hatten wir ebenfalls zuletzt gesprochen. Jetzt 21.000, 20.900, 20.800. Da liegt die nächstgrößere Liquidität, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass die Market Maker die auch noch einmal abgreifen werden und dann unter 20.000 US-Dollar natürlich ebenfalls nochmal da, wo unser langfristiges Kauflevel liegt. Früher oder später, aus meiner Sicht, werden wir diese Liquidität über 25.000 US-Dollar auch abholen. Nichtsdestotrotz für mich der Weg nach unten, erst einmal der präferierte, würde uns natürlich dann auch hier zu unserem Long Level bringen. Nichtsdestotrotz darf jetzt keiner erschrecken, hey, wir haben das C-Level abgearbeitet. Dass ich jetzt erst einmal zu einer leichten Erholung bis in diese Region kommen darf. Alles legitim. Wenn der Markt hier reinkommen sollte, sind wir wieder short-orientiert. Sollte der Markt hier noch ein wenig runter dümpeln, zweite C-Level ablauern, anlaufen, dritte C-Level anlaufen, alles gut. Wir sind in keinem Trade mehr drin, wir beobachten. Sollte er tatsächlich auch direkt runterziehen, kein Problem, gehen wir long. Das sind die beiden Level, die jeder auf dem Schirm haben muss. Bevor wir jetzt gleich noch weitermachen mit dem Ethereum-Chart, wo das Ganze, wie gesagt, ein bisschen trickier ist. Noch einmal der Hinweis, ich habe nachgekauft. Nachgekauft, in diesem Fall in H-Bar, ganz klar kommuniziert, diese Level immer wieder besprochen. Gesamtkorrektur-Level der letzten Aufwärtsbewegung. Wenn die korrigiert bis in mein nächstes Bullen-Level, Kauflevel in die Region von 0,0671 runter bis 0,05666. Bin ich da, werde ich nachkaufen. Habe ich gemacht, nächste Trange platziert. Auch in Cardano, Ada, habe ich mich long platziert in dem Gesamtkorrektur-Level dieser letzten Position. Wenn ich sage long positioniert, meine ich gerade aktuell langfristig. Wir haben aber auch Trades laufen, Leute, die aktuell bereits in The Profits stehen. Ada, Long-Level 33 Cent, runter bis 30 Cent angelaufen worden, reingestochen. Erst einmal leichte Reaktion. Soweit auch hier die Trange getriggert worden. Ähnlich in Polkadot, alles 1 zu 1, das gleiche Chartbild. Auch hier langfristig noch einmal nachgelegt. Und jetzt auch in Algorand konnte ich meine nächste Trange platzieren. Auch hier sind wir ins GKL reingestochen. Jetzt aber springen wir einmal kurz rüber zu unseren laufenden Trades. Denn genauso wie diese Level langfristig genutzt werden dürfen, habe ich diese zu teilen auch genutzt für einen Long. In diesem Fall Trade. H-Bar, Long, Clay, Long, Matic, Long, Dot, Long. All das kannst du natürlich hier auf der Crypto Wall Street auch verfolgen. Schau einfach in der Videobeschreibung nach dem Link unter diesem Video. Registriere dich kostenlos, sahen diese Boni ab. Und folge auch dem Ganzen bei Copy Trading. Denn dann nimmst du in Zukunft auch diese Trades mit. So, und zum Abschluss natürlich auch nochmal ein kurzer Blick auf Ethereum. Und was soll ich dazu sagen? Ebenfalls exactly as predicted. Leute, nennt mir bitte einen anderen YouTuber, der euch solche genauen Ziellevel durchgibt, wie hier in Ethereum. 1544 US-Dollar. Der Markt sticht kurz einmal rein, eine Millisekunde und reagiert erst einmal positiv wieder heraus. Aber, was möchte ich euch jetzt damit sagen? Das Ding ist nicht so glasklar wie in Bitcoin. Wenn wir uns die Struktur einmal anschauen, haben wir hier mit diesem Low die Sequenzaktivierung gesehen. Wir haben dieses Low herausgenommen. In diesem Fall war noch das Bullische Level aktiv. Alles legitim. Der Markt reagiert noch einmal heraus. Wir laufen ein BC-Korrekturlevel an. Stabilisierende Maßnahmen. Da schon ganz klar, hey, wenn der Markt nochmal runterkommt, dieses Bullen-Level bitte nicht mehr nutzen für einen Kauf. Wir sind klar bärisch orientiert. Jetzt kam der Markt noch einmal rein, hat auch nochmal positiv herausreagiert und läuft ein zweites BC-Level an. Zweite stabilisierende Maßnahme. Plus, wir haben ein schönes Konstrukt hier oben gebildet. Was ist meine Erwartungshaltung? Dass der Markt dumpt. Und das nicht nur bis zum ersten Ziel-Level. Meine Erwartungshaltung, glasklar, mindestens zweites Ziel-Level, wenn nicht sogar eher 200er Extensions-Ziel-Level, 1500 US-Dollar knapp da drunter. Hier erwarte ich den Markt. Und wenn der Markt jetzt nur bis hierhin kommt, hat er meine Erwartungshaltung erst einmal nicht getroffen. Was mache ich in diesem Fall? Wir haben, klar, nach Regelwerk, jetzt erstmal Ziel-Level abgearbeitet und danach, nach System, nach Regelwerk erst einmal, nach den Basics, das nächste interessante Level, wie in Bitcoin GKL. Short, 1642 US-Dollar hoch bis 1676 US-Dollar. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Struktur einmal anschaue und der Markt jetzt so etwas machen sollte, sage ich ganz klar, hey, stopp, wollen wir in Ethereum gar nicht sehen, brauchen wir gar nicht. Wir haben bereits genügend Power aus Behrensicht gesammelt, dass wir an und für sich hier runterziehen können. Ergo, möchten wir den Markt natürlich ein wenig die Luft wegnehmen. Also dieses Level bitte nicht nutzen als Short-Level. Wenn man es nochmal versuchen möchte, Short, ich selber halte mich raus, ich bin klar long-orientiert, kommt auch gleich das nächste Long-Level, dann würde ich es aber aus Behrensicht am EKL dieser letzten Abwärtsbewegung versuchen, mit dem nächsten Short Luft wegnehmen. 1611 US-Dollar hoch bis 1613. das nächste interessante Level hier für Ethereum für den Short und jetzt natürlich das nächste interessante Long-Level. Klar, auch hier habe ich eine kleine Tranche in Ethereum reingesteckt für die langfristige Portfolio-Aufsteckung, aber meine große Tranche, sie liegt weiterhin hier in der Region. 1408 US-Dollar runter bis 1295, sowohl Portfolio-Aufstockung als auch kurzfristiger Trade. Und das sind soweit erst einmal die Informationen, die ich für euch heute parat habe. Falls es dir gefallen hat, falls es dich weitergebracht hat dieses Video, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Falls du neu bist, lass gerne das kostenlose Abo da, werdet Teil dieser geilen Community und sei jeden Tag bestens informiert. Und jetzt wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende, Freunde, für euch einmal abschließend der Hinweis, für mich geht es morgen nach Ischgl, auf die Piste, ein bisschen Ski fahren. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wer vielleicht in der Region mit dabei ist. Vielleicht trifft man sich ja auch bei Hütte und kann gemeinsam einen heben. Ansonsten werde ich euch aber natürlich mitnehmen auf die Reise. Ich werde euch mobil updaten. Schönes Update-Video von der Piste, kann ich mir gut vorstellen. Das nur noch einmal als abschließender Hinweis. Und von daher jetzt ein wunderschönes Wochenende, Leute. Haut da rein. Bis dahin. Ciao, ciao.